Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile Anwendung von Excellent Hemd vorstellen. Die Anwendung sagt eigentlich schon so ein bisschen, was man dort kaufen kann, nämlich natürlich Hemden. Aber in dem Online-Shop gibt es auch diverse weitere Produkte, zum Beispiel Shirts, Jeans und Hosen, Underwear, Accessoires und auch einige Markenwaren. Und wenn man sich die kostenfreie Anwendung herunterlädt, bekommt man oben im Slider gleich einige Angebote angezeigt. Und darunter bekommt man die Information, dass man sich hier auch gleich alle Produkte anzeigen lassen kann. Denn hier gibt es die Kategorie-Funktion. Das ist eigentlich auch so das Kernstück. Hier kann man jetzt gleich sagen, ich möchte mich für Hemden informieren. Dort gibt es über 7000 Einträge oder Shirts, das sind so circa 300. Und hier kann man dann gleich entscheiden, in welchem Bereich man sich umsehen möchte. Nehmen wir einfach mal Hemden, denn hier gibt es gleich was ziemlich Schönes. Denn hier kann man jetzt entscheiden, wie man diese vielen Hemden, das sind ja wirklich viele Einträge, am besten sortieren möchte. Zum Beispiel kann man sich gleich alle Hemden anzeigen lassen. Das ist natürlich sehr, sehr groß. Oder man geht nach Marken vor oder auch nach Themen und Styles. Nehmen wir einfach mal alle Hemden hier. Und jetzt wird entsprechend hier eine lange Liste geladen. Die kann man sich hier unten direkt abrufen. Die ist wirklich ziemlich lang. Aber es ist auch möglich jetzt nochmal zu differenzieren zwischen Langarm, Kurzarm und so weiter. Und dann nehmen wir einfach mal Kurzarm und jetzt haben wir zum Beispiel nur noch 160 oder so Artikel. Und die kann man dann hier nach und nach öffnen. So sieht dann eine Detailseite aus und dann letztendlich auch einkaufen. Eigentlich sind die einzelnen Produktseiten gleich aufgebaut. Man findet oben den Titel, dann ein Bild, den Preis. Man kann es ganz einfach in den Warenkorb legen und darunter gibt es die Information. Man kann natürlich jetzt hier auch ganz einfach durchscrollen. Das ist ziemlich einfach möglich. Und dann auch weitere Sachen in den Warenkorb legen, die einem gefallen. Und sonst klickt man einfach wieder auf Zurück. Und wählt nochmal eine andere Kategorie aus. Hier kann man sich entsprechend auch wieder umsehen. Und dann hier zum Beispiel andere Hemden, Hemdtypen anschauen. Die Beschreibung kann man sich natürlich durchlesen. Man kann jetzt hier noch kurz die Kragengröße auswählen. Nehmen wir mal 42. Und das dann ebenfalls in den Warenkorb stecken. Also, ich glaube, das System ist euch mittlerweile klar. Die Kategorien sind übersichtlich und klar aufgebaut. Es gibt aber natürlich noch mehr Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel direkt per Suche vorgehen. Man kann auch sich den Warenkorb anschauen. Das werden wir gleich noch tun. Und auf der Startseite verknüpft gibt es dann noch die Kontaktmöglichkeiten via Telefon oder auch Mail. Zusätzlich gibt es das Impressum und die AGB sowie die Bestellung hier nochmal zu begutachten in einem Extra-Reiter. Im zweiten Tab gibt es dann die Suchfunktion. Hier kann man einfach ein Stichwort eingeben oder auch den Barcode-Scanner starten. In der Mitte ist der Warenkorb integriert. Der ist ziemlich gut, finde ich. Denn hier findet man übersichtlich alle Produkte. Die Versandinformationen hier in diesem Fall wären es 0 Euro. Und man findet auch die Möglichkeit, hier einen Gutscheincode einzugeben. Und unten würde dann noch die Merkliste angezeigt werden, wenn man dort Produkte hätte. Ja, dann kann man das Ganze kaufen. Da muss man sich dann noch anmelden mit seinen eigenen Daten bzw. registrieren. Und das ist eigentlich auch ziemlich einfach und geht dann hier auch ziemlich gut von unterwegs. Im Bereich Impressum gibt es noch Informationen zum Verkäufer, wer das Ganze also verkauft. Und zusätzlich noch weitere Informationen wie die AGB nochmal, die Widerrufsbelehrung und so weiter. Im Bereich mehr gibt es dann noch die Login-Funktion. Man kann sich anmelden oder registrieren, je nachdem, ob man dort schon mal bestellt hat. Und dann kann man beim nächsten Mal, wenn man einen Background bereits hat, auch wirklich sehr, sehr schnell einen solchen Einkauf hier abschließen. Also das Stöbern ist schön und auch die Bestellung wunderbar einfach. Von uns gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für Kunden von Exzellent Hemd. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.